Hallo und willkommen zum T3N Daily vom 23. Mai. Heute geht es um einen Mann, der zwei Vollzeitjobs gleichzeitig ausübt. Außerdem ein Fake-Bild sorgt für Aufsehen, Nintendo wird verklagt, Tipps von Bill Gates und Apple will vermehrt auf KI setzen. Das Homeoffice hat den Arbeitsalltag vieler Menschen verändert. Einem 22-jährigen US-Amerikaner ist es dadurch sogar gelungen, zwei Vollzeitjobs gleichzeitig auszuüben. Und das, ohne dass seine Chefs davon wissen. Ergeben hat sich die ungewöhnliche Situation daraus, dass ihn die eine Arbeit unterfordert hatte. Nach einem Jahr hat er festgestellt, dass er in 10-15 Stunden pro Woche schafft, wofür sein Chef ihm eine ganze Woche einräumt. Es folgte eine zweite Festanstellung. Statt 75.000 US-Dollar verdient der Amerikaner nun 144.000 Dollar, umgerechnet rund 133.000 Euro pro Jahr. Der Mann will anonym bleiben, denn ihm könnte eine Kündigung drohen. Zwar ist eine Doppelanstellung in den USA nicht verboten, die Chefs könnten ihm jedoch das Misstrauen aussprechen. In Deutschland ist in den meisten Arbeitsverträgen festgehalten, dass ArbeitnehmerInnen ihre Vorgesetzten über Nebenverdienste informieren müssen. Ein vermeintliches Foto, das eine Rauchwolke am Pentagon zeigt, hat in den USA für Aufsehen und einen Kurseinbruch an der Börse gesorgt. Das Bild, das in den sozialen Netzwerken die Runde macht, weckt Assoziationen an die Anschläge vom 11. September 2001, von denen damals auch der Hauptsitz des US-Verteidigungsministeriums betroffen war. Doch das Bild ist ein Fake. Erstellt wurde es vermutlich von einer KI. Chip.de hat Anhaltspunkte aufgelistet, die auf Fake-Fotos hinweisen. Das können seltsame Formen im Hintergrund sein oder Schattenwürfe, die unpassend erscheinen. Gefährlich bleiben solche Bilder dennoch. Für uns spiegeln Bilder meist die Realität wieder. Selbst wenn sich hinterher herausstellt, dass das Bild eine Fälschung war, bleibt immer etwas im Gedächtnis hängen, erklärte Philipps Luzalek vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Nintendo verklagt immer wieder Fans wegen Spielecovern oder Fanart. Doch nun wurde das japanische Unternehmen selbst verklagt. Nintendo soll wegen unmoralischer Mikrotransaktionen Rückerstattungen an minderjährige GamerInnen leisten, fordert ein Vater aus den USA. Dessen Sohn hatte über seine Kreditkarte mehr als 170 US-Dollar für Mikrotransaktionen bei Mario Kart Tour ausgegeben. Durch Lootboxen konnten SpielerInnen, natürlich gegen echtes Geld, Boni wie Fahrer, Autos oder Gleiter freischalten. Das Bezahlfeature war seit Erscheinen des Spiels kritisiert worden und wurde von Nintendo nach drei Jahren durch ein Update im September 2022 entfernt. Die Klage basiert darauf, dass Nintendo das Spiel absichtlich schwierig gemacht und mit Dark Pattern, ein Branchenbegriff für die Täuschung von VerbraucherInnen, versucht haben soll, die SpielerInnen zum Ausgeben von Geld für In-App-Käufe zu bewegen. Bei einer Abschlussfeier hat Bill Gates Unistudierenden fünf Ratschläge mitgegeben, die er selbst gerne schon in jungen Jahren gewusst hätte. Tipp Nummer eins lautete, das Leben besteht nicht nur aus einem Akt. Damit spielt er darauf an, dass es im Arbeitsleben verschiedene Projekte geben kann, nicht nur eines. Gates' Ratschlag Nummer zwei, man lernt nie aus. Dabei helfe es, Problematiken gemeinsam zu lösen. Suche dir kluge Leute, von denen du lernen kannst, sagte Gates. Als drittes rät er dazu, sich Aufgaben zu suchen, die ein wichtiges Problem lösen, etwa den Klimawandel. Zudem verwies er auf den hohen Wert von Freundschaften und empfahl als fünftes, sich Auszeiten zu nehmen, wenn man sie brauche. Auch Apple will vermehrt auf KI setzen und sucht deshalb ExpertInnen für generative KI. Eines der Ziele lautet, mittels KI das iPhone zu transformieren. Was das bedeutet, wurde jedoch nicht näher erläutert. Apple scheint sich auch für die Entwicklung von Diensten wie ChatGPT oder MidJourney zu interessieren, mit denen sich Inhalte erstellen lassen. Insgesamt hat Apple derzeit über 80 offene Stellen mit Bezug auf KI ausgeschrieben. Eine Stellenausschreibung deutet auf den Einsatz generativer KI für mobile Plattformen hin. Im Lichte der rasanten Entwicklungen der letzten Monate in diesem Bereich scheint Apple unter Zugzwang zu stehen, um nicht den Anschluss zu verlieren. Apple-CEO Tim Cook betonte im Zuge der Verkündung der jüngsten Quartalszahlen, dass generative künstliche Intelligenz sicherlich sehr interessant sei. Das war's schon wieder mit dem T3N Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de.